Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie. Hallo liebe Chemieinteressierte. Hiermit begrüßt euch André ganz herzlich zum Video Die bunte Welt der Alkansäuren. So, und schon geht es los mit einer ganzen Menge schöner bunter Bilder. Ich werde noch ein wenig Ordnung hineinbringen und dann kommen wir zu unseren Alkansäuren. Einen kleinen Ausschnitt der bunten Welt seht ihr hier. Ein wenig Strukturchemie müssen wir allerdings zu Beginn betreiben. Wir wollen uns Klarheit verschaffen über die Frage Was ist eine Alkansäure? Und ich möchte das am Beispiel der Essigsäure erläutern. Die einfachste zulässige Strukturformel für Essigsäure lautet CH3-COOH. Darunter seht ihr abgebildet in einem Becherglas feste Essigsäure. Essigsäure ist zunächst einmal eine saure Verbindung. Indikatoren werden rot gefärbt. Das wird durch Wasserstoff-Ionen H+, hervorgerufen. Die Wasserstoff-Ionen entstammen der funktionellen Gruppe der Essigsäure, der Karboxy-Gruppe. Als zweites beinhalten Alkansäuren einen Alkyl-Rest. Im Falle der Essigsäure ist es der Methyl-Rest, CH3. Und schließlich zeigen die meisten Alkansäuren eine unverzweigte Alkyl-Kette. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.